Ähm, okay. Ich hole einfach alle zwei Jahre eine neue Grafikkarte, das passt dann schon. Ja, das könnte man auch machen, aber meine ist jetzt wie alt, seit ich den PC habe. Fünf Jahre mindestens. Ach, die ist noch gut. Ich fand es sehr witzig, als ich versucht habe, Batman Arkham Knight auf meinem Rechner zu starten. Wo es dann hieß, ja, das Spiel braucht irgendwie, was war das, ich glaube knapp zwei Gigabyte V-Sync. Wie viel hat meine Grafikkarte? 300 MB. Ist nur knapp weniger, passt doch fast. Es war irgendwie putzig, es war irgendwie putzig. Du mich auch. War das jetzt ein Beabsichtigt, dass ich mich gerade reingehe, ich habe mich jetzt gerade. Ich dachte mir gerade, putzge, was hat das, was hat der da? War das beabsichtigt, dieser Pant? Oh scheiße, ich wollte gar nicht schießen. Wer ist tot, dann confirm ihn auch wenigstens. Wieso werden wir das alles angefangen? Ich habe leider niemanden erschossen. Leider. Aha, der ist ein Traitor. Ich hätte am besten den Traitor erwischen müssen. Oh ja, dass wir die schnellste, äh, b-b-b-bauen. Ich habe meine, noch mal ausprobiert. Wie viele Traitor haben wir? Das ist das, das ist ein Putzgek. Wir müssen immer noch einen haben. Wie viele Leute sind wir? Oder? Ach nee, doch. Fünf und, äh, jetzt bin ich noch nicht dabei. Becci's backdatet gerade noch. Also, ein Traitor, oder? Ja, theoretisch schon. Aber ab sechs müssen schon zwei sein. Ich gucke, genau wie du bist, ich gehe in eine andere Richtung. Ja, wir sollten jetzt, regelrechtlich sollten wir jetzt schon zwei haben. Ja, es sind aber leider keine zwei Raumremmer. Wir hoffen wir, dass wir dann bei sechs Leuten dann gleich zwei haben. Wir müssten gerade irgendwie 1,8 Traitor haben, glaube ich, oder so ähnlich. Aha, und dann findet das Ding nicht auch. 1,8, ähm, wer teilt sich? 1,75 sind das. Gut, ich teile mich. Ich bring einfach Helge um und dann passt das. Helge, ist doch nur so eine halbe Portion, der zählt schon nicht. Dann bringe ich noch Baum nebenbei um. Alter, David, nee. Aber ich bin an die ganze Portion. Helge, ist doch nur so eine halbe Portion, der zählt als 2,75. Ja, danke. Erzählt halt so ein Kompassierf... Welch? Helge ist nur so ein Dreiviertel-Schweiter, er ist sich selbst nicht ganz sicher, was er ist. Und Baum brennt. Oh, der Schwein. Baum brennt, ja. Baum brennt. Verdammt, scheiß Bandrodung. Oh, sie ist aber sehr schwer verwundet, das ist uncool. Ja. Scheiß Bandrodung hier. Hilfe, zieh dich so auf mich. Lauf mir nicht so hinterher. Lauf mir nicht so hinterher. Nicht mit der Schrotplinte in deiner Hand. Lässt du das sein, sonst muss ich dich töten. Baum. Ich fühle, ich habe mich gerade dieses Ding entgeworfen. Immerhin, ich töte dich, wenn du mir weiter so hinterher rennst. Wahrscheinlich tötest du so oder so, Helge. Ich dachte, ich könnte bei uns so. Oh, das ist gar nicht hier. Alles, das ist sowieso. Äh, toll, Hilfe. Äh, okay. Hat einfach nicht. Ich werde gerade noch sehr lange aufzunehmen. Äh, ich baue mich nicht, wenn du nur drei Stunden herkommst. Ähm. Es ist, äh, schon witzig. Helge hat doch gesagt, er will nur kurz neu starten. Hä? Und nicht, ich bin dann für die nächsten drei Stunden mal weg. Warum? Was, Baum? Hä? Baum ist gerade in Rauch aufgegangen. Oh. Ja, ich versuch sie die ganze Zeit mit Granaten abzunehmen. Vorsicht, nicht das Baum, wie er brennt. Ne, ich will sie eigentlich mit einer Granate töten. Okay, komm, es ist. Wut? Ihr seid einfach immer alle auf einem Fleck gewesen. Sie ist die ganze Zeit hinter mir hergerannt, du hast dich die Farmassert und sie die Schrotze. Ich bin voll so verwandelt. Ich werde auf dem Dräumen verfolgt, das ist neu. Uh, äh, toll. Juhu, ich bin da. Nein, den will ich nicht. Verdammt, sie ist da. Ich kann's mal erleben. Also, so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich bin eigentlich eher ein Noob. Ja, da ist kein Schlimm. Ich bin nicht, ne? Da haben wir die Bühne, ne? Helge ist der AFK, heißt den kann man abknallen oder nicht? Hey, wo, warte. Ja, ja, du kannst ihn gerne abknallen, aber glaub mir, dann knall ich dich auch ab. Wieso AFK wird bei uns immer abknallt? Die Regeln hatten wir doch. Achso, ich hab' ich dachte, irgendeine Anarchie. Ja, ja, ich weiß. Ich hab' jetzt einfach mal geschossen, ich war jetzt gerade da. Ja, nein. Ist er tot? Also, ja. Das finde ich unfair, ich bin gerade wieder da. Ja, ja, das ist blöd gezeichnet. Es witzig ist, ich wurde eben nicht erschossen und wurde einfach zwei Minuten in der AFK rumstand. Äh, das hat wohl keiner mitgekriegt. Warum verfolgst du mich schon wieder? Ja? Er stand zwei Leute neben mir. Vielleicht waren die auch AFK. Ich hab mir nur Kommentare drüber gemacht, wieso ich denn da auch kamen. Ich geh' hier ganz normal, ich hab's gefühlt, du verfolgst mich. Achso, hier in die Telke. Ja, der leck da so rum. Ja. Ach, Ugi ist wieder da. Hi Nils. Hallo. Na? Äh, wo wird geschossen? Achso, das ist nur Helge, ne? Nö. Ja. 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 Ich hab den Eingang gesucht. Ich hab den Eingang gesucht. Wir sind jetzt 2 Traders und 1 Dete. Ja, das ist gut. Das ist eine ganz gute Aufteilung, denke ich. Ich glaube tatsächlich ist es so, wie die Zahlen jetzt sind, auch ganz gut, dass man bei 5 Leuten auch nur 1 Trader hat. Ich glaube auch ganz echt, dass man 4 Leute als 1 Trader noch schaffen kann, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt. Ja, da muss man taktisch dann vorgehen. 1 Dete. Oder einfach... Diesmal brauchen wir die abknallen, sie ist Dete. Ach schade. Was? Komm, wir knallen dich einfach mal ab. Äh, wir müssen hier aber zurückschießen. Naja. Putzka? Ich seh dich. Halt auf, der ist sehr böse. Hallo Wotte, hallo, 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 hallo. Ich weiß, dass Putzka böse ist. Warum denn? Putzka, ich hab den Schuss gesehen. Denken aber nicht auf dich. Böse gegen Wahnsinn, das ist keine gute Idee. Ja, ich weiß. Guck mal, ich hab den Siegel. Guck mal, ich hab den Siegel. Wollt mal abdrücken, soll ich mal abdrücken? Kann ich jetzt mal abdrücken? Kann ich jetzt mal endlich diese Galil ausgeben? Kann ich jetzt mal endlich diese Galil ausgeben? Vorher noch einmal in meine Richtung, Junge. Du kannst dann mal hier gehen. Du kannst dann hier gehen. Du kannst dann hier gehen. Du kannst dann mal. Wurtsgeschiess noch nicht. Wer? Wurtsgeschiess noch nicht. Wurtsgeschiess noch nicht. David, Helge. David, Helge. So warte. Ja, nee, ne. Ja, nee, ne? Ja, nee, ne? Ja, super. Dann wissen wir mal Helge ist anscheinend Traitor. Mhm. Helge ist immer später. Alter, was hab ich denn jetzt damit zu tun? Nils hat auf David geschossen und ich habe ihn dann umgebrochen. Das ist kein Argument. Ach scheiße. Ey, du hast ne Traitor-Waffe, du hast ne Traitor-Waffe. Scheiße. Hier liegen Leute rum. Ey, ich bin tot. Warum, weil du hast doch nicht irgendwas mit in diesem Spiel? Warte, du bist jetzt durch deine eigene Feuer- äh Brandgranate gestorben? Was hier? Wo stehst du? Möchtest du mir das sagen, damit ich wenigstens ein bisschen kämpfen kann? Ich bleib hier jetzt sitzen. Ihr gerückt halt den Baumwald. Ne. Also, schlauer muss das schon machen. Warte. Hey. Ey, wo ist's? Helge. Hä? Es war offensichtlich eigentlich, dass du Traitor warst bei der Aktion. Ich hatte ihn gewarnt, er hat weiter geschossen. Ich habe ihn umgelegt. Du bringst mich um. Ja, das kann man auch sehr gut als Vorwand benutzen. Eigentlich. Aber ich habe nicht, dass das einfach nicht zu töten. Naja. Sie ist hier... Naja. 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 Na bitte nicht. Nein, das ist, das ist, das ist der Fall. Dann bewegt dich. Naja. 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 Wir beiden wartet es nicht, aber was komisch ist hier fehlt doch jemand oder? Naja. Ich bin jetzt. Ähm. Da. Baume. Alles da. Bis in sechs. Richtig. Oh eine Motte! Eine Detem! Helge, du schon wieder! Ich schon wieder? Nein! Ein Baum! Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ich bin hier noch. Ich bin hier. Ja okay, ich gehe. Oh mein Gott, die Luft ist, äh, inno. Unglaublich, David. Ja! Was ist inno? Die Luft... Achso. Was? Äh, das glaub ich nicht. Luft kann sehr tödlich sein. Vor allem in rauen Mengen, ne? Luft hat, äh, C14 drin. Ja. Und das ist, äh, radioaktiv. Ja. Donald Trump ist radioaktiv. Ey, was hab ich nie gelernt, ja? Und Master, so, in Richtung, weißt du, bist du auf der hochgekommen? Wir haben, äh, in Richtung, äh, ey, was bist du mit dem, ey, geh weg. Dorian und ich haben irgendwo so beschlossen, wir müssen, deine Mutter wird's eigentlich mal durch Donald Trump-Witze austauschen. Hey, wer ist das? Baa, Anna, hau ab. Baum. Da hinten ist, Liebes-Spawner, Baumweil. Oh, der Helge. Ich hätt dich jetzt so schön abgelassen können, weißt du? Ach, nur irgendwo mal lang, das ist echt unglaublich. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin, äh, wo ich bin, äh, wo ich bin, äh, ja, lass mich in Ruhe. Wenn du später bist, äh, dann wird auch nicht anbauen. Und das sei hinten, an der Wecky. Komm, da. Und da oben ist die Beine. Hi. Hi. Ivo, Nils, nicht auf dich. Ach, nee, was ist das überhaupt? Was ist das, was ich geworfen habe? Geweckt, einfach. Äh, ich dachte, das wäre der Rauch. Schütz. Bau, baum schießt. Okay. Okay. Bäume können doch nicht schießen, Alter. Wo sind die denn? Natürlich, die können ich mit Eichel beschießen. Bist du schon mal unter einem Eichelbaum hergegangen? Äh, Eichelbaum, ja. Ja, Baumweil, Traitor. Die können dich ganz schön befreien. Krieg ich ihn hier. So. Wir vergessen, Motte ist hier. Aua. Der Kies hat gesagt, hau ab. Ach, Helge, du musst alles gleich rum. Wohin gehen, Mann? Äh. Ich, äh, muss zur Polizei. Du bist das da, ne? Äh, Helge, 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 du willst du was ausprobieren? Nein. Ne, bitte, was passiert, wenn man die Leiche in den Traitor-Tester steckt? Klapp. 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 Ja, warte, dann... Ich habe Angst, er jetzt alleine so mit der Leiche hinzugehen. Nein. Ich kann sie auch nehmen und das selbst machen, wenn du willst. Nein, nein, gib sie mir. Mach sie selbst. Ich hab sie jetzt einfach hier unten hingelegt. Okay. Wenn, 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 wenn... Ich behalte mal kurz, entweder Helge oder, äh, Putzke. Wahrscheinlich Helge, weil der gar nicht mehr herkommt mit ner Schrotze. Ich hab ne Galil. Ne, ist ne Galil, aber egal. Naja, nicht, dass du sie wiederbelebst, ne? Eben. Ja, kurz. Darum geht mir gerade. Ich will es echt jetzt wissen. Wird du mir angezeigt? Ne, okay, wir werden sie angezeigt. Es ist ne Leiche, ist ne Leiche, deswegen nicht. Also werden Leichen immer als innerer angezeigt, gut. Warum bist du eigentlich auch nicht durchgegangen? Mit ihr? Was? Naja, warum bist du nicht mit ihr da durchgegangen? Hattest du Angst, als Traitor ein Tag zu werden? Achso, ja gut, ich hätte mich natürlich mit der Leiche reinstellen können, aber eigentlich wollten wir wohl ne Traitor-Tester spielen. Von mir aus machen wir es, aber das macht eben ja alles gut. Nein, nein, oh Gott, nein. Wo sind denn alle? Keine Ahnung. Hinter ihr. Ja, euch hab ich ja gesehen, aber mir fehlt einer. Wer denn? Vielleicht Baumwald, weil die ist tot? Nein. Äh, Motte? Motte und Nils treiben sich sonst noch rum. Aha, die treiben sich rum. Motte versteckt sich gerne mal unten. Ja, nein, Motte ist tot. Motte lebst du überhaupt noch? Wieso? Wieso ist sie tot? Naja, weil sie es nicht sagt. Was ist sie tot? Ja, eben. Ja, vielleicht ist sie auch Traitor. Sie ist Data. Ja, als Detective, ne? Oh. Ich wage zu bezweifeln, dass der Data Traitor ist. Warte mal, da wir drei alle zusammen waren, kann es nur noch Becky gewesen sein. Ich war doch nicht von euch dran dabei. Ja, hier war ich nicht. Also, es könnte höchstens Putzke sie gesnipet haben oder Becky. Äh, nee, dann David ist safe. Ich war ja bei euch. Nein, ich ziehe jetzt Becky einfach ab. Ich weiß es nicht. Okay. Seh ich ein. Du warst die ganze Zeit bei uns. Aber ist einfach unbefurt zueinander. So, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich werde dann wahrscheinlich, also ich werde die Traitor vielleicht demnächst mal wieder hochsetzen, das gucke ich mal, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Waffen rausschmeißen, unter anderem die, ähm, Cloud Dakar. Oh. Becky steht ab, Karomo. Ist Detective. Ja, ich bin im Job, Mann. Okay. Entschuldigung. Pass auf, weil die sich die Traitor ja gerne wegsnacken. Mach ich mir den Detis auch immer gerne. Ja. Alter, ist das. Putzke. Mach da. Du wirst gerade ein Gewerbe mich rübergeschmissen. Äh, okay, ich glaube da, äh, Nils? Okay, ich glaube David ist Traitor. Ähm, da, ähm, David ist Betty Warned. Wo ist der denn? Also ich habe hier gerade... Mein Gott. Ach, läuft. Endlich. Meine Güte, du hast dir aber jetzt alles schnell weggeputzt. Was ist denn da passiert? Wir sind alle vor die... Wir waren halt alle vor der Dach. Ich meine, ich finde ich gut. Da sind Punkte, ne? So. Oh je, nicht gut. War er eigentlich Platz vor, wieder zu kommen? Ähm, wenn sein, äh, wenn er es schafft, äh, das Standbild von, äh... Also was ist heute nicht dabei? Er hat mir was geschrieben. Also ey, er versucht... Gerade versucht das wieder. Ja. Ich glaube, er will er nicht aufgeben. Ich will... Ich will... Danke. Ach man, ich sollte nicht gegen den Hubschrauber laufen. Also es geht doch immer eine Diege um, Alter, was ist das denn? Die Runde geht zu lang, Motze, äh, Motte ist es. Motze? 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 Der Motten, der Mottenbetze, Motze. Hey, der Baum, das muss man auch nicht da oben. Hey, der Motte, der Motte, der Motte, der Motte und Betze, ich schippe es, okay. Ich würde aber auch, äh, Motte und Putze sein, ne? Da ist mir jetzt gerade zu viel los in der Ecke. Alles klar. Baum steht da so, ich glaube, es ist Baum. Baum steht, äh, AFK rum, oder was? Nee, Baum steht da oben. Ich sehe ja eine Motte. Oh, okay. Jetzt funktioniert. Putzke schon wieder am Snipen. Ja, Lütze. Warum bin ich jetzt schon wieder am Snipen? Ja, du hast schon wieder einen Snipen in der Hand, meinst du? Ich bleib bei Becky. Auch ein Snipen in der Hand. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Du hast mich voll umgebracht. Aber Putzke hatte ich die letzten Runden einfach immer gesniped. Geh weg. Ich erschieße dich. Ich erschieße dich. Ich erschieße dich. Wow. Emma, ich habe keine Angst davor, auch den Deto umzubringen. Okay. Hey. Das würde ich dir eigentlich nur bei Dorian machen, weil der auch immer versucht, ihn mit dem Portal umzubringen. Ja. 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 Das ist mein Turi mitgewerbsweise. Wo ist der Modell sieht. Pala, hau ab. Ein Nils. Ich geh zu. Tötet ihn. Und, und, und. Halt einfach alle ab. Ich fühl mich hier nicht wohin. Hallo Motte. Was du mich noch fragst? Ja, aber Helge wie gesagt, der Blitzmodus hat natürlich geile Voransätze. Ja, kann nicht so nichts zu sagen, ne? Wieso hast du das gegen mich? Ja, warum? Leider nicht was, Name. Bitte auch. Hi, Schmutz! Ähm, ich lauf doch nicht mehr... Oh, Alter, da hat was explodiert. Oh, ja, ja, ne, im Ziel. Lils, du hast ja gerade sehr viel Glück gehabt, kann das sein? Ja, ich weiß, das war so folgendermaßen meine eigene. Oh. Das ist traurig. Ich hab da einfach noch nicht aufgepasst beim Werden. Äh, da ist noch mal was explodiert. David, 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 David ist explodiert. Ja, warum? David ist explodiert, okay. Natürlich, ich bin auch gekommen, schließlich. Hallo? Oh, nein, bitte nicht. Ja, Helge. Wenn man eine neue Grafik hat, kriegt, spielt man doch nur mit offener Hose, wa? Ja, ey, was? Natürlich, muss ja alles Platz haben, ne? Wobei, dazu müssen wir mit dem Zugherd überhaupt erstmal eine Hose tragen. Ich geh'n wieder. Also, ich hab's nicht mehr am falschen Ort. Jetzt hab ich Bilder im Kopf. Wer ist mit dem? Dankeschön. Wow, der wurde gerade immer geworfen. Ja, äh, verhackt mich, verhackt mich, verhackt mich, doch, ne? Also, hier fährt mich kein Engliger und eine andere vernünftige Waffe. Oh. Ich hab' heute jemanden ins Gesicht geschlagen, aus Versehen. Aus Versehen. Er hat mich gekitzelt und meine Hand ging aus Reflex nach hinten hoch. Die Sache ist etwas voll, die rote Wange. Meine Hand ging... Oh, 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 oh. Und wieder runter, hä? Ja. Oh, was? Bitte mach mich! Oh, ich soll bitch slap. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Helge. Hallo. Helga, Helga, Helga. Ja. Was macht Helge? Das weiß ich selbst nicht. Was da? Helge, was machst du? Was machst du, Helge? Was machst du? Beobachte die beiden. Alter. Hey, jetzt mal ernsthaft, die Runde geht zu lang. Ich glaube, es ist wirklich Motze. Nein, ich bin es nicht. Motze, stimmt. Es ist ja Motze. Ich bin es nicht. Nein, ich bin es nicht. Alter, Alter. Lass mich in Ruhe. Wir schippen jetzt einfach Fetze und Motze. Schieße. Ich schieße als Motze. Ich habe gesagt, ich schieße. Motze. Hey, da bist du mir scheiß geil, dass du eine Waffe wegsteckst, ich schieße. Bist du denn einverstanden, dass wir geschüttet haben? Da hat keiner einverstanden zu sein. Ich reagiere da einfach gar nicht drauf. Nein, ich bin es nicht. Du wolltest schossen. Ähm, Nils schießt. Vielleicht nenne ich mich demnächst aber auch einfach nur noch Motze-Kugel. Mein Motze-Kugel gibt es ja schon. Ach, das gibt es doch nicht. Moment, Helge, du musst du verstanden. Äh, ich war von der weg gesniped, nachdem ich Baum getötet habe. Ey, ich habe die ganze Zeit darauf gesetzt, dass der Idiot irgendwann wieder oben snipen geht. Ich habe extra C4 gelegt. Alter, was? Ferngezündetes C4. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mal dahin gehst. Kacke war's, hä?